Zuerst kommt die Hand, wenn die Hand nicht zuerst kommt, nimmt das jetzt erst den Kopf hoch. Bei der Traversale ist das innere Bild wahnsinnig wichtig. Traversal ist man wolle. Und wenn ich einen Fuß habe möchte, dann möchte ich den Fuß haben und nicht den anderen. Ich nehme den Hand und nicht den anderen. Sehr schön zu den Phänomenen. Handrömung, Beinzäumung und Aufrichtung macht es ein Stück durch. Ihr dürft euch jetzt alle mal 10 Minuten auf eure Hände setzen und sagen, ob es Ihnen jetzt sehr angenehm ist, ohne Bauch im Sandel zu bleiben. Ja, wer ist jetzt aus der 10 Minuten? Und schon mal nach. Ja. Gut. Fein. Ja. Fein. 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 Fein.